Jajaja einfach Walft Dommel und so Oh cholera? Tito Freddy Fazbear? Oh 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 oh! Ist das Dommel eigentlich äh wirklich racist gewesen? Der ist KOS Du hast doch ein Discord wirkschreben irgendwas Ja, Dommel ist racist gewesen! Dommel meinte – yo äh Dass ich ja weil ich schwarz bin äh – die Gärten – äh Die Garten von Grafs*** pflegen soll Joooooo Hat er gesagt? Hat er gesagt? Das war nur mit hinzufügen zur Arianes Aussage Das hast du gehört? Er hat es hinzugefügt Dann ist ja okay, dann ist ja klar, dann ist ja nicht so kritisch, hast recht Also er hat es gerade gestanden Dommel ist racist Und er lenkt ab, er lenkt ab Das war nur ein Kommentar, aber das heißt nicht, dass ich gleich racist bin Ich behandle dich ja nicht automatisch schlechter Doch Das ist genau, als wenn du so simpel das Endwort sagen würdest, dann ist ja auch nur ein Kommentar Jo, weißt du, wie viele Wie viele Aussage ich als Pole bekomme Also, ich bin bei der Verdauern auf dem Grill Darf ich jemanden hochholen? Nein, keine Lust hier Jaaaa Junge, auf die S wird sich verarschen Das erste können wir wegschmeißen Junge, wie lange ist denn diesen Schrank, man? Was macht denn? Da sind nur drei Sachen drin oder so Okay Wahrscheinlich nur drei Sachen drin Ähm, also wenn du zählen würdest Und wieder ist ne Lücke da drin Ich kann auch was Ja, ich muss da wieder rein Jo, toxisch Alter, da hinten ist ne große Insel Ist das die? Ja, hast du was zu essen? Ich hab essen, ja Oh, hier ist das alles gut Schau dir auf gerade Guck mal, guck mal gerade aus, das ist komplett riesig Alter Heilige Scheiße Was ist das? Ich hab gar nichts gesehen Das ist das hier, wo wir hin müssen Wahrscheinlich Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Storyans ist Was? What the f- Junge, das geht doch immer weiter, ne? Junge, was ist das? Wir fahren schnurstracks in den Felsen, Leute Und Titanic Ich will auf den Felsen drehen Digga, ist das Schnee? Das schneit Ich will auf den, ich will auf den Felsen Schneid Das kann gar nicht sein Nein, das kann gar nicht sein Hä, what the f- Ist das, ist das Ein Eisberg? Gut, ich steuer, weil Dommel ist nicht hin gekommen Ich hab schon ein bisschen gesteuert, Digga, chill doch mal Ich geh auf den Eisplatz, ich geh auf den Eisplatz, Leute Dommel ist halt gewohnt, dass, äh, wie er jetzt sagen würde Schwarz Leute für ihn arbeiten Damit der Reis ist Ja, da lachst du, ne? Das hast du drüber lachst Das hast du drüber lachst Das hast du ja heute nur zu mir gesagt Just saying Und dann noch geleugnet Hast du mitbekommen? Du hast geleugnet im Chat Ja, ja, dann hättest du mir gegeben, halt das Und dann ist es zugegeben Schlimm Dommelmove Dommelmoment 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 ist der Pizzabär Und Dommelmoment ist einfach so, äh Jo, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal Ein Apfel Komm rein Ne, ähm Dommelmoment ist einfach so ein Hakenkreuz Wow, Dommel hat den Dommel hat den Wildschweinkopf mit dem Heilkopf ausgewechselt Alter, was ist das für ne große Insel? Ich hab keine Lust mehr Ich hab Lust Ich auch Ich hab Angst Ich hab Angst für so Scha- Hä? Ich hab hier extra geteilt Hahaha Ne, warte auf mich Ich warte hier Ich push vor, ich push vor Ja, sehe ich, sehe ich Warum schreit der hier so eigentlich? Weißt du, was krass ist? ALTER ALTER Lass mich hinten drauf, Dicke, du Arschloch Ja komm Alter, Pizza runter mit dir Ich vertrau demnächst Wir können alle da drauf Wir können alle da drauf Ja? Heiße, let's go Ja, ich will mich nicht dann nochmal festhalten Ich will, wenn ich mein eigenes hab Jo, Alter Junge, wo ist sie? Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix, Leute Oh, ist er schnell Ist er schnell, ist er schnell Hallo Oh mein Gott Ich kämpfe, ich kämpfe Ich kämpfe, ich kämpfe Ich kämpfe Ich kämpfe Ich kämpfe Ich kämpfe Ich kreise Pre-sixty Pre-sixty Schweißbär Ja, wie gut, dass ich so schlau war und mir noch n Schwer gemacht hab Immer einen coolen Eisbär Einen Eisbär Einen Eisbär Ja, dann verbrauchen wir unsere Materialien Ich fang Aber ich habe ihn bekommen, ich weiß es nicht Ja Okay, Leute, ich steck meine Hand in das Stromkabel rein Und ich hab zwei, vier Stromkabel bekommen Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Alter 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 Alter, das trusen wir Alter, das trusen wir Ich warte, lass mich mal kurz drauf Das ist ne Höhle Das sieht so stumpf aus Du bist so der Owner von der Insel Du siehst so einen Bär und du willst schon die Kabel raus Alter, du blöder Bär Rüzel Mensch, weil die Kabel raus sind, Junge Imagine Ich habe jetzt ein Kabel Ich muss irgendwo ein Kabel Das ist grün, ne? Ja, ja, das ist grün Hä? Dann rufst du das auch Kabel loslassen Ich hab's losgelassen Ich hab's hier oben hingetan Oh Gott, was hast du dran gemacht? Jetzt? Kabel benutzen Ohhhh Wir haben gerade Kabel rausgerissen, Alter Was bringt uns diese Verbindung jetzt? Ja, deswegen müssen wir's hier rausziehen So Ja, aber ich hab's jetzt auch wieder rausgezogen Und jetzt hier wieder Hier rein Oh mein Gott Jim, Jim, Jim Jim, Jim Jim, Jim, Jim Jim, Jim, Jim Ich hab mich auf Kistenkram gehabt Digger, die machen einfach ohne mich weiter Junge, du bist doch weggefahren Du bist doch weggefahren Du bist einfach weggefahren Junge Ja, ey Damit darf ich das schon niemals sehen Alter Das haben wir für zwei Leute Guck mal, zwei Bankdrücken Zwei Laufbänder Das sieht vollständig Ja, machen wir, kommen wir beide Alter, jetzt kommen wir wieder an Eisbär Die Nerven, ja Die Stufe hast du? Eisbär Was? Ich hab, äh Ich hab Stufe 10 Ich hab 100 Ich hab eine Million Ich hab eine Million Mein Typ bin ohmächtig Was? Okay, ich hab wieder Das war eine Stufe Eine Million Scheiße Ey, das Kabel passt nicht hin Aber vielleicht hier Vielleicht hier Junge, Domme ist so ein Chaos Aber das passt nicht zu dir Das passt nicht zu dir Oh, ich hab Geld nicht zu müssen Leute, ja Ich hab hier Geil, Geil, Geil Oh mein Gott Domme wird wieder nichts bekommen Ich hab einen Rucksack Ich hab einen Rucksack Ich hab eine Küche Ich komm für die Jordans Hier drauf steht Domme, Sweet, Domme Warte, haben wir nicht so schnell Hier steht Domme, Sweet, Domme Domme, Sweet, Domme Domme, Sweet, Domme Oh mein Gott Ja, zu dir passt das Zu dir passt das übel Weil du hast doch so ein Outfit an Damals so Keine Ahnung, braun Scheiße an Ja, okay, das heißt Das heißt Ich habe den hier an, wenn ich auf einer Schneeinsel bin Ja, okay Dann werst du zum Eisbären Dann werst du zum Eisbären, ja Dann werst du zum Alpha-Wolf Zum Alpha-Wolf Hier oben ist safe ne Münze Hier ist keine Münze Oh Pizza, komm her, komm her, komm her, Pizza Komm her, komm her, komm her, komm her Alter Ist mit dem Was ist mit dem? Rein, 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 rein Los, 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 uns, 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 uns Alles auf dem Münzen Heilsalbe Leute, ich hab nen Kautzer bekommen, oder so Ja, Sam, zweimal. Ey, Domic, was zu essen für dich, wenn du was brauchst? Alter, Billardtisch! Digga, Domic geht ohne uns vor! Ihr habt noch eine Notiz gefunden oder nicht, Leute? Ja, ja, diese Virtues vorlesen. Oh, oh, Detto. Detto, hör mal zu, hör mal zu. Komm her, komm her, ich stehe vor. Dieser junge Detto ist wirklich schlau. Mit Material, das wir geborgen haben, konnte er mein Boot reparieren. Rumor holt sich auch, aber er scheint nicht viel mit mir reden zu wollen. Ich hab da dumme Fußmatte! Digga, halt doch die Fresse, wenn ich vorlese! Es ist ein Main-Gebäude und, Alter, ja. Beide starten nicht an, wenn ich mit Henry spreche. Alter! Henry mag... Junge, macht Spaß. Henry mag ich's nicht, wie sie uns ansehen. Ich glaube, ich muss etwas tun. Bruno! Etwas scheiß Bazuca in der Hand hast, Digga. Gau mal, Matze. Very good, Etwas war cool! Der Hund! Cool, man! Guck mal, der... Zweite verrichte Stumme! Was? Der Hund war es... Was ist denn denn? Der Tier? Fuck, du hast ganz recht? Ja! Du bist in der Mitte, Junge, das bist du in der Mitte. Ja! Ich bin der mit dem Hund. Du bist... Nee, du bist der Kleine neben mir. Nee! Ja, klar, ich bin der Größte. Na, mal klar. Alter, ich hol unser Familienbild. Gekauft! 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 Wow! Was war das? Ich hab ne Lötlampe! Digga! Domin, kauft doch alles nochmal! Domin, kauft alles, was wir gekauft haben! Hat er nochmal Besteck geholt? Lötlampe? Oh, ich hab gesehen wollen damit! Er hat Tassen geholt! Er hat nochmal Tassen geholt! Alte! Er fucks ab! Gehen wir erstmal zurück zum Rack! Und für den Tass hat ein... Da wär sogar ne Flasche sinnvoller! Würde ich so! Wie genüsslich an der Reimball ist! Deine Schnauze ist immer so... Fall mal weiter! Was zeigst du jetzt doch nicht? Ach Junge! Alter, was ist mit euch! Einmal, was ist da rechts? Junge... Achso, stimmt! Da können wir nicht rein, das ist glaube ich Radioaktivität oder sowas! Ist mal geil! Ja, wenn wir erstmal raus, ne? Das ist grünes Gas! Ja, das tut nix! Awaa, ich war nur kurz drinne! Ich hab's mitgenommen! Ich hab das mitgenommen! Ich hab... Ich hab Titan-Erz gefunden! Hä, das ist, überleben wir locker! Wir müssen fast einbuschen hier! Ich geh links lang! Ich geh rechts lang! Alter, es ist Otiyel! Oh 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 oh! effective healer war das noch immer! Einmal 15 Nuclear Area Nein! Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Äh, ich... Hörst du drauf? Oh. Ich bin drauf. Hörst du drauf? Du bist unten drunter. Ich bin drauf. Frag mich mal drauf. Tschüss. Krieg ich hin, krieg ich hin, krieg ich hin, krieg ich hin, krieg ich hin. Oh, ich kann nicht mehr. TITANERZ! Ist der sauer. Ah, ich bin... Oh, ich hab Unfälle gefunden. Zwei Sekunden. Nee, ich hab Unfälle gefunden. Ich weiß halt nicht, wo das ist. Oh, scheiße, man. Wenn du von da aus, wo wir gerade waren, gekommen bist, da war es irgendwo links. Fah aufs Raft. Fah aufs Raft. Fah aufs Raft. Junge, jetzt kann das schwimmen. Nein, wahrscheinlich nicht. Wir testen es aus. Für die Wissenschaft. Digga, wir müssen zurückfahren. Wir können das, wir können das, wir können das am Ende quasi aufs Raft machen. Das war's für heute. Immer mehr. Wir können uns ab undiete euch alle keine Ahnung nicht mehr. Also, wir müssen uns ab. Und wir können das noch mal treffen uns ab. Und und wir können das nicht da... Und wir können das noch ein bisschen verbl�alg oder so. Und wir können es noch nicht auf. Und wir können das auch nicht zu delay.